Team, Liga, so, aber echt fliegender Wechsel hier, die letzten drei Runden hatten wir immer einen anderen dabei. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Das ist das übliche, Varian. Ich bin am überlegen, äh, warte mal, ne, 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 Sylvanas, wenn dann. Schlachtfeld der Ewigkeit. Ich bin am überlegen, Rega zu nehmen, weil er eh wieder keine heilen will. Ich dachte eigentlich schon, ihr dringt mich jetzt eh zum heilen. Ja, benutzt Rega? Ja, oder wir nehmen schon geil. Nee. Nee. Aber es dachte eher ein Tyrann, so. Ja, die ist ja nicht wirklich ein Heiler. Kann ich, wie ich die nennen würde. Ja, wer nimmt, wer nimmt? Tyrann der Illy dann? Mein Wegen. Ich folge der Stimme Elunz. Der Verdammt wurde aber auch sein. Nein. Ja, ihr könnt mir ja sagen, was ihr von mir wollt. Tja, ihr könnt mir ja sagen, was ihr von mir wollt. wir nämlich heute ja ja weiß ich nicht reiner ja genau jetzt nein war schon richtig ist egal mach einfach irgendwas ist es egal ich bin völlig überfordert mit dem draft weil ich auf dem chat gucken muss weil ich nicht weiß was der hasbomba spielen will weil ich jetzt überlegen muss was der gamerino spielen soll ich komm nicht klar gerade sag mir nur irgendeine klasse welche richtung dann guck ich also hasbomba möchte gerne ein trall ja kann ich machen zum beispiel oder du machst lilly damage lilly ja bleib bei thrall komm nimm thrall und arcanes hier ja ich kann da noch überlegen ja uuuhhhh uuuuhhhh 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 wo bist duuuu Blue Bob Ah das What? What? Ja Butcher regelt Rainer Boris Oh Gott Bronx und 4x Gold, also das scheinen keine Bobs zu sein Ich muss auch ehrlich sagen, das überfordert schon ziemlich Da sollte man sich schon vorher ein paar Gedanken drüber machen Ich muss dran denken, dass ich beim ersten was anderes skille Ja genau Wen spielst du du? Ach Ja stimmt ja Wobei du natürlich auch Solo-Tank bist ne Und da ist das Blocken-Ding schon vielleicht besser gegen Seratul Ach YOLO Ok Ich hau den Immortal alleine weg Na gut Wenn ich nachher rumheule kannst du sagen, ich hab's dir ja gesagt Was? Waren mit euch Helden? Ah Von allen möglichen Verbündeten führt mich das Schicksal zu euch? Niemand interessiert was... Ah, ein Zerk Ich muss ihn kaputt hauen Die Schlacht beginnt in... Zehn Sekunden 5 5 4 3 2 1 Wohlanstreiter Ich geh jetzt erstmal runter Wie war das? Wir hauen die weg? Ah, ne Theorie Ja Wie meint jetzt im letzten Game? Mhm Etc 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 Wir holen mal wieder runter zu euch, ne? Genau, hol doch mal was ab Oh So, und wir haben jetzt ein Seratum mit Abatum-Wacht hier. Hm, so viel zum Thema Easy-Win. Da haben uns oben keiner mehr, dann gehe ich wieder hoch. Wir haben noch 5 Sekunden, dann sie- Okay. Da war der Seratum-Wacht. Hm. Leute, Immortal, warum fiedet ihr da alle rein? Hm, du weißt was, Papakel. Ah, das wird nix. Wir brauchen gar nicht hingehen, Steffen vielleicht oder so, aber der ist vor dem Basso. Guck dir mal an, wie hab ich mich selbst so schon runter. Wir machen auch nicht was hier. Ja, aber wir sind zwei Level hinten und keiner ist hier. Wir sind ein Level hinten. Na ja, jetzt wo du aufgegeben hast, dann sind wir schon hier hingelaufen. Hm. 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 Wo. Wo. Wir gucken das nochmal. Wo. 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 Du weißt, was Papak ist. Das war mein Motel. Kurz pull. Und damage. Oh, wenig. Also wenn du mich plötzlich alle komplett alleine lässt, dann... Na, Marley war gestorben. Passbomba hat Lane gemacht noch, oder so. Ja, ich hab nur vernünftig, ich geh kurz so cool, dachte ich gut, einer weniger. Trotzdem können wir den... Ja, egal, wir können den ja. Oh Gott! Oh Gott! Zraya, gehst du hoch Kai? Puschen? Du. Also, XP. Ja gut, der hasbomb die geht auch da oben, oder? Ja, ja... Der will oben pushen, oder was? Der hat wohl... Der hat wohl... Der hat wohl... Ja... Da ist halt blöd, wenn wir dich im Task ist, ne? Das ging gerade in Richtung Immortal-Plattform. Bis auf ETC, der bleibt hier unten. Lass uns unten das Camp machen. Gut. Ich fang schon mal an. Ah, der Gul'dan war auch fast tot, er ist mit nichts weggekommen, aber ich musste zurück, weil es einfach viel mehr waren. Gut. Ein paar Pimps sollten wir jetzt selber machen. Ja. Kommen wir dazu jetzt. Hier oben, hier ist er, hier ist er, hier ist er, vor mir, vor mir läuft er, ja. Ich glaube es ist nämlich mal die Heal Ulti. Ich glaube auch. Ah, der blöde Seratul kommt immer weg. Soll ich schaden am Immorten? Ja, 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 die sind alle tot. Mach damage. Ich meine, die kommen so langsam wieder, ne. Aber, wir können auf jeden Fall noch damage machen, alle. Ich komme auch. Damage. Ich bin nicht im Laser gekämpft. Seatul wieder weggekommen. Aber das Gute ist, die haben noch kein damage auf dem Immorten. Da, zu fünft. Machen wir jetzt damage. Zu fünft auf die oder zu fünft auf den Immorten? Auf den Immorten. Ich bin da. Gut. Und. Jetzt ist hier Teamfight. Gut dann. Das ist auch eh. Das ist auch. Soll ich mit runter oder soll ich mit pushen? Weiß ich auch nicht. Ja das ist nicht so einfach ne, weil wenn einer nicht im TS ist dann muss man auch mal überlegen und gucken was macht der. Also man tanzt nicht nur den Guldan. Kämpf gegen den nicht laufen. Ich wollte du kurz rum. Okay. 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 Du weißt du. Du bist wie gesagt. Du weißt du. Ja ich bin. Du bist nicht das. Der Mann hat ja auch ihr mit dem. Ich habe keine Mörder mehr Noch zurück Rückzug Ja, das ist immer Gebliex eine Sekunde früher, bitte Der war zu slow Ja, das war jetzt echt kacke Wir hätten zurückgehen sollen Ja, wir sind eigentlich alle zurückgegangen Nur Liam blieb stehen Ich dachte, sehr gut, dann drehe ich nochmal um Ja Hättest du rauskommen müssen Ja, stimmt Okay, ich gehe runter Wir haben doch unser Hardcamp geholt Ah, und Hassbomber wird direkt abgehoben Ja, eigentlich sieht es ja sehr gut Ich muss wo oben dürfen Ich bin Ich bin Ich bin Einer Oder zwei Oh, das war gut Ja, sehr gut Vielleicht ging er hin Ist er noch vor dem Linken Ich habe nichts mehr Wieso, oder? Geblockt Wieso, oder? Oder Oder beide Ich def das Camper Äh, das Camper Wieso? Pfff 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 Ich komm nach Pfff Ich komm nach Ich frage sich an Tania, unter dir ist ein Seratul Gerade im Schatten Mh Boah, der hat verzweifelt immer wieder ein Moshpit versucht worden So Seratul Boah Boah, ich bin so low Mali kann's Heals schmeißen jetzt Na gleich Okay Lina Glückwunsch zu Gold, ne? Ja, bin ich wieder Gold5 Oder wo wir alle angefangen haben Ja, mal hin Ich bin schon weiter, wieder. Ah ja, wenn man keine... Ja, stimmt. Sind sogar weiter.